Die Schülerfirma wurde gegründet, um aus der Advanced Class die Theorie in die Praxis umzusetzen. Wir arbeiten mit Apayats zusammen. Diese Firma produziert Textilien als Modartikel. Die sind Fairtrade-Label und sind auch ökologisch verantwortungsbewusst produziert worden. Ich finde das sehr spannend, dadurch, dass wir in die Wirtschaft einblicken können und schauen können, ob uns das gefällt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017